willkommen zu meinem neuen video ich freue mich dass sie eingeschaltet haben diesem video möchte ich reden über lukas müller jonas braun und lena schmidt man könnte die nachnamen und die vornamen auch irgendwie mischen so wie man gerade lustig ist es sind typisch deutsche vornamen vornamen die in deutschland sehr gerne benutzt werden und auch typisch deutsche nachnamen jetzt werden sie sich fragen worauf möchte ich hinaus nun diese drei namen diese drei personen ja es sollen angeblich identitäten seien personen seien sind die gründer des sogenannten crypto clubs und ihr wisst ich habe diese bücher geschrieben und ihr wisst dass ich nach wie vor auch mich für dieses thema sehr interessiere und ihr wisst dass ich nach wie vor der meinung bin dass wir extrem vorsichtig sein sollten mit angeboten die uns über das internet mitgeteilt werden oder über sogenannte lukas braun lena schmidt sie ist die assistentin übrigens über solche leute die uns irgendwelche angebote machen und diese drei leute oder zumindest einer von ihnen hat mich zugefügt zu einer whatsapp gruppe die nennt sich crypto club kommt noch eine nummer hinter ist aber vollkommen egal weil der name kann jederzeit geändert werden und ich habe mich gewundert und habe gedacht aha das ist wahrscheinlich irgendein kontakt der noch besteht aus meiner zeit der intensiven recherche diese menschen sind nach wie vor aktiv die broker über die ich erzählt habe diese sind ja keine echten broker es sind ja alias personagen es sind ja keine echten doch es sind echte personen die dahinter stecken aber es sind mit sicherheit nicht lukas braun oder lena schmidt und als ich das gesehen habe dass ich dazu gefügt wurde habe ich sofort in den chat reingeschrieben in dem chat war es natürlich alles wie toll es ist wie man innerhalb von einem monat millionär werden kann mit einer investition bei der und der firma die firma wurde übrigens auch genannt ich nenne sie hier in diesem video nicht weil dann wird das video wahrscheinlich wieder gesperrt ist ist aber auch vollkommen egal weil es sind wieder ganz viele online plattformen aktiv und diese online plattformen sind natürlich absolut keine firmen es steht darin dass sie registriert sind in europa oder in deutschland teilweise manchmal sogar steht sogar drin dass sie von der finanzaufsichtsbehörde eine registrierung haben und 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 in den meisten fällen ist das nicht der fall nun ich habe einen einzigen satz unter deinem unter in diesem chat reingeschrieben und habe geschrieben ist der lukas wirklich ein lukas oder ist es ein wladimir oder ein miroslav oder vielleicht ein georgos oder ein hassan wer ist dieser lukas wirklich diese dieser eintrag hat genau ich glaube eine halbe sekunde ich hatte es noch nicht mal fertig geschrieben da war der eintrag also drauf geklickt wollte noch einen satz hinterher schieben war nicht möglich es war gelöscht und ich war gesperrt warum dieses video weil ich euch noch mal hier darauf hinweisen möchte es gibt keine ja doch manchmal gibt es märchen im märchen aber in der regel gibt es im alltag keine millionäre die aus dem himmel fallen und wenn jemand euch verspricht dass er mit einer mini investition von 100 euro dass er da innerhalb von einem jahr eine million oder fünf millionen davon gemacht hat dann ist das fast immer ein na ich will es mal ich könnte sagen eine lüge aber fast immer ist es tatsächlich mehr es ist betrug nach wie vor gibt es hunderttausende betroffene in der ganzen welt die geld verloren haben die ihr geld nicht wiederbekommen haben einige sagen ja aber wir haben doch eine finanzaufsichtsbehörde wir sind doch ein organisiertes land heute mit hilfe des internet kann eine solche plattform tatsächlich in ghana existieren oder in neuseeland oder irgendwo in timbuktu und da ist es unglaublich schwierig an die verantwortlichen menschen zu kommen und an die hintermänner zu kommen überlegt euch mal die wirecard affäre ja das war sogar ein deutsches unternehmen wie viele menschen haben da ihr geld verloren und einer der hauptverantwortlichen ist nach wie vor auf der flucht persönlich und das ist meine persönliche meinung gehe ich davon aus dass er längst eine gesichtsoperation bekommen hat heute auch überhaupt kein problem 0,0 problem ich fliege nach mexiko oder in irgendwelche anderen kolumbien ist übrigens auch ein land wo es ganz tolle plastische chirurgen gibt und die versorgen mir ein neues gesicht ja dann ziehe ich eine brille an dass mir im bart stehen oder wenn ich im bart hatte genau das gegenteil ich besorge mir einen neuen pass und ich habe eine neue identität das was Behörden ja auch fbi und so weiter über viele viele jahre hinweg gemacht haben ja bei schutzprogramme menschen eine neue identität besorgen das können natürlich kann die andere seite natürlich genauso gut ist ganz klar wird man denjenigen finden vielleicht irgendwann wenn er durch zufall irgendetwas macht oder einen fehler macht warum dieses video ich möchte hier noch mal darauf hinweisen sie sind wieder super aktiv vor allen dingen auch deswegen weil gerade die börsen steigen ja und weil auch gerade die aktienkurse was sehr interessant ist finde ich übrigens die wirtschaft sieht nicht gut aus aber die aktienkurse steigen so hoch wie niemals zuvor der dax hat gerade wieder ein rekord geknackt und gleichzeitig steigen auch die crypto währungen ein bisschen und da gibt es natürlich ganz viele leute die sagen ja jetzt dann steige ich endlich ein seit vorsichtig glaubt diesem lukas braun oder lena schmidt oder wie sie alle heißen glaubt sie nicht es sind alias personagen in 99 prozent der fälle und ja manchmal telefonieren sie auch mit euch und manchmal sprechen sie auch gut deutsch und sie erzählen euch am telefon irgendwelche geschichten auch geschichten die dafür sorgen dass ihr sagt ja aber das ist doch so netter mensch da muss ich doch vertrauen haben wie kann ich mit sicherheit vertrauen ich bleibe dabei hier auch in diesem video noch mal für euch gesagt macht keine geschäfte mit niemandem dem ihr nicht mindestens einmal in die augen geschaut hat habt von von person zu person ja das meine ich wirklich ernst von person zu person die mir vielleicht sogar die hand geschüttelt habt wo ihr den pass gesehen habt und sogar der kann nicht echt sein internet ist sehr 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 geduldig wesentlich geduldiger als papier ich kann alles faken ich kann die person auch in die augen schauen und es ist nicht die person der sie sagt zu sein seid vorsichtig wenn ihr sagt auch es spielt keine rolle ich kann mal 100 euro verlieren so what dann macht es oder tausend so what dann macht es aber macht in diesen situationen mit diesen plattformen nur dann geschäfte wenn ihr wisst dass ihr das was ihr da investiert hundertprozentig verlieren könnt ohne dass es euch auch irgendwo schmerz oder weh tut wie wenn ihr ins spiel casino geht ja das ist das gleiche also vor sich noch mal sie sind wieder aktiv ich war auch gleich also die dieser crypto club ja hat dann direkt hinterher zack tag später noch eine zweite whatsapp gruppe sie haben whatsapp entdeckt sie fügen irgendwelche leute die sie noch kennen aus von von recherchen oder irgendwelche früheren kunden die fügen sie wieder zu und hoffen dass sie dann mit hilfe dieses chats und in dem chat ihr könnt mir glauben 90 prozent der menschen in dem chat sind sogenannte affiliates was sind affiliates affiliates sind menschen die für diese firma arbeiten und geld bekommen dass sie andere neue kunden anwerben ihr kennt meine meinung dazu ich bin nach wie vor ich sage crypto währungen ist nicht schlecht aktien ist nicht schlecht aber ich muss wissen ich muss mich auskennen investiert niemals in etwas was ihr nicht auskennt und investiert schon gar nicht auf diese plattformen wo es heißt ihr kauft eine sogenannte position und wartet darauf dass der markt rauf oder runter geht da gilt wirklich da gilt wirklich für alle hier noch mal gesagt was irgendwo verloren wird ja was irgendwo gewonnen wird was ihr also angeblich bekommt muss irgendwo auch verloren werden und keiner gründet eine solche plattform wenn er nicht weiß dass er damit sehr viel geld gewinnen wird am anfang machen die neuen mitglieder kleinere gewinne mal hier 100 euro mal da 100 euro und dann denken viele wow das ist erfolgreich da schiebe ich mal geld nach das ist das prinzip und dann kommt der punkt psychologisch sehr clever ja erst mache ich kleine gewinne dann fange ich an es doch zu vertrauen es doch zu glauben was die frau zimmermann und was die anderen da sagen ist wahrscheinlich gerade bei dieser plattform nicht der fall ich kenne auch menschen ja mir gesagt ja aber bei der plattform wo ich bin 100 prozent sicher hilfe so ihr macht kleinere gewinne und dann irgendwann kommt der punkt wo er einen größeren verlust macht und psychologisch schieben dann 99 prozent der menschen noch mal geld hinterher weil sie diesen verlust nicht akzeptieren wollen weil ihnen eingeredet wird von diesen menschen in den chats in den whatsapp gruppen oder am telefon du hast pech gehabt und wir alle haben glück gehabt und wir haben die millionen gemacht da musste halt noch mal 1000 euro investieren oder 10.000 oder sogar 100.000 und wirklich 99 prozent der menschen machen es weil sie diesen verlust nicht akzeptieren können da wo wir hier auf diesem kanal deswegen hat auch dieses video etwas mit diesem kanal zu tun weil wir nicht akzeptieren wollen dass wir etwas verloren haben weil wir uns klammern an diese ein prozent weil wir uns klammern an das materielle und das was wir verloren haben das wollen wir wieder zurückbekommen so sind wir menschen wenn wir in unserem ego sind gestrickt wenn wir in der seelen energie sind dann okay dann können wir diesen verlust verkraften und machen einfach weiter aber die meisten menschen sind mehr oder weniger noch in diesem ego prozess verwickelt und diejenigen die nicht wirklich stark im ego wären die würden auch gar nicht auf solche betrüger betrüger ich nenne es jetzt wirklich betrüger reinfallen danke dass ihr bis zum schluss zugehört habt ich wünsche euch einen wunderschönen tag und übrigens dass meine nachricht wo ich gesagt habe ist der lukas wladimir oder vielleicht ist es doch ein ein georgos oder wer auch immer dass das innerhalb von einer sekunde gelöscht wurde das ist für mich beweis genug danke dass ihr bis zum schluss zugehört habt ich wünsche euch einen wunderschönen tag